Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Rush of Blood. Und euer Transec heißt euch herzlich willkommen zu einer neuen Gruselrunde in unserer Horror-Geisterbahn. Ja und heute habe ich mal wieder zur Abwechslung die Motion-Controller hier am Start. Könnt ihr auch schon, man kann ja so richtig schön auch sogar fast mit den Dingern in den Händen klatschen. So, los geht's auf die Fahrt. Es war nicht meine Absicht, all diesen Uneinnehmlichkeiten auszusetzen. Ich hatte gehofft, wir kämen unfassiert hier durch. Aber irgendetwas Böses ist mit uns hier drin. Etwas Dunkles und Heimtückisches. Tief im Inneren dieses Bergs, dem wir nicht entkommen können. Dir bleibt nur noch dicht deinen Dämonen zu stellen. Bekämm schnack nicht. Ursache, nicht die Symptome. Uah! Schon wieder eine Spinne? Oh Gott. Bitte nicht schon wieder eine Spinne. Okay. Auf, hier geht's. In die nächste Runde. Wow, wow. Das klingt nicht gut. Das klingt nicht gut. Wow. So, jetzt kippt ihr erstmal die Luzi ab. Ja, ich muss nochmal sagen, es sieht deutlich besser aus als auf der PS4. Auch gerade nach diesem Update. Wow, 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 wow. Was ist los? Und ich wünschte, dieses Spiel würde nie zu Ende gehen, weil es einfach so cool ist. Oh, oh. Was haben wir da? Oh, die kommen im Farschbier runter. Hier können wir auch meine coole Jeans sehen und meine ausgesprochen hübschen Schuhe. Tracking funktioniert ausgezeichnet. Uah! Uah! Krass. Das war jetzt nicht lieb. Boah, was ist denn eine coole Idee? Oh, was ist denn? Dann bitte nicht da oben durch oder so. Er reißt mir gleich das Gitter ab hier. Krass. Boah, langsam steigert sich das Spiel noch mehr. Ja, es wird immer heftiger hier. Ordentlich Points machen hier. Ja, 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 ja. Die will ich haben. Die brauche ich bestimmt jetzt. Boah. Schön warten, bis er ganz da ist. Und dann... Oh, 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 oh. Boah, shit, ist der nah. Das war nicht gut. Shit, das sind so viele jetzt. Boah, schön die Birne weggehauen. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Aufpasse, aufpassen, sonst bin ich gleich weg vom Fenster. Jo, haben wir überstanden. Wow, 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 wow. Was ist hier los? Das ist wie in einer Geisterbahn. Einfach genial. Ich fahre unwahrscheinlich gerne eine Geisterbahn. Wo sie zu meiner Schande bestehen. Jo, wir fahren mal links lang. jawohl schweige habt das ist cool dass man die richtung hier noch bestimmt jetzt geht es los ja jetzt wirklich gas wow was für eine coole achterbahn das war coole cutscene war das recht sehr geil Oh! 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 Nein, nein, nein. Also ich muss sagen, das ist nach wie vor immer noch meine Nummer 1 bei allen VR-Spielen, die ich bisher gespielt habe. Immer noch Nummer 1. Das Spiel ist absolut mega, spaßig, macht sich richtig Laune. Gute Ideen. Schauen Sie sich! Oh, 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 es geht ab hier! Jetzt dringt er völlig durch. Oh! Oh, 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 oh! Oh! Oh, 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 oh! Ah! Was? Mega Akku! Oh, krass. Schönen Headshot, komm her. Headshot, Headshot. Schade, kein Headshot geworden. Wow, wow, wow. Oh, oh, das war knapp. Oh, oh, das hat, glaube ich, nicht mehr gereicht. Uh, krasse Aktion. Okay. Wow, 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 wow. Okay. Das ist echt schwer. Das muss man sagen. Oh, sind die schnell. Okay. 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 Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Oh, ich muss aufpassen. Geschafft, geschafft. Oh, wow, 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 wow. Oh, mega Akku. Alter, das spielt jetzt ja schwer. Ich brauche unbedingt die Waffen da hinten. Mensch, die sind zu weit weg. Da. Ah, krasse Aktion. Oh, okay, einmal versuchen wir noch. Dann machen wir nächstes Mal weiter. Die sind so schnell, die Fischer. Man hat ja schon die Chance. Alter, was geht ja ab? Krass. Dann noch weiter zurück wollen. Ich kann ja nie mehr. Sag mal, wie überlebt der denn? Nein, das gibt es ja gar nicht. Oh, krass, krass, krass. Wie kann ich eine wegflicken? Sehr. Oh, ich glaube, ich schaffe das in diesem Level nicht. Das ist zu heftig. Die kommen da jetzt gleich runter. Das ist zu heftig. Die kommen da jetzt gleich runter. Oh, sind da viele. Oh, wir haben es geschafft. Das gibt es ja gar nicht. Das ist ja der Wahnsinn. Alter Schwede. Was ist das? Was ist das hier für eine? Oh, hier ist ja mega-Zombie-Alarm. Krass. Was geht ab hier? Was geht ab, Leute? Was ist das für ein Level? Alter, Schwede ist das jetzt nicht. Wow. Krass. Ich wollte da erst mal eine Pause. Wow, war das anstrengend. Wow. Wow. Das war heftig. Meine Güte, was für ein Hardcore-Level. Ich könnte erst mal eine kleine Pause jetzt gebrauchen. Schön Energy-Dring. Oh, hier ist ja richtig schon die Alarm. Alter, schön. War das genial. Alter, es ist echt anstrengend, aber es macht auch richtig Laune. Oh, wow, wow. Da schießen wir lieber nicht drauf. Krasse Aktion. Was ist das wieder da hinten? Fahrstuhl runter. Oh, ist das krass. Jo. Braucht noch ein Kreuz für das hier. Oh, ist das heftig. Das ist... Das ist krass. Oh. Oh, meine Lieben. Ja, wollen wir nochmal versuchen? Ja, okay. Wir versuchen nochmal. Wir versuchen nochmal. Okay. Das ist heftiger als The Walking Dead hier. Was geht hier ab? Okay, einmal versuchen wir hier nochmal. Und dann machen wir sonst das nächste Mal weiter. Das wird hier wieder die Monster folgen, werden das hier wieder. Das ist jetzt nicht zu leid, meine Lieben. Ich begüte vielen totes Gefahrenen für euch. Von oben ist das krass. Boah. Okay, einmal, einmal ein, einmal noch ein, einmal noch. Einmal versuchen wir noch. Ich muss wahrscheinlich eher noch versuchen, weil ich glaube, mit dem kann ich eh nichts machen. Dann können wir unsere Munition lieber aufheben. Und da gleich... Den brauche ich. Oh, krass, 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 krass. Wow. Heftig. Okay, meine Lieben. Wir starten beim nächsten Mal nochmal ganz kräftig durch. Ich bedanke mich bei euch für das Erste, für euer Interesse und für eure Geduld und fürs Zuschauen. Ciao.